hallo und herzlich willkommen zu let 4 dead 2 mit der 1 und das letzte kapitel quasi dann ist das spiel zu ende leider aber wir werden uns was einfallen lassen damit er weiter unterhalten also los geht's natürlich und dann kommen wir noch weitere special ist aber jetzt let 4 dead 1 und 2 ist ja dann erstmal abgeschlossen ja erstmal abgeschlossen dann lassen wir uns was einfallen wie morgen mit left 4 dead weiterverfahren geht dann noch extra kampagnen ja und die wache ist zur verfügung stellen dass er dir klötzen könnt und dann gibt es genau wachenmut hatsel ob er der unischt soll ja riesen frischen frank ja ist auf jeden fall bestimmt bestimmt mit dabei der frank klammern tank ei was ist denn jetzt englisch verstehe ich nicht genau aber ihr habt ja jetzt die untertitel weil ich nicht mehr offen und sowas und habt ihr die untertitel gesehen dann könnt ihr das so nachlesen also von da ist es nicht all zu schlimm ja schön und dann muss ich bestimmt auch hier runter nein keine schrot jawohl nehm auch zu schnell vorher mit so weil ich halt dann brauche ich eigentlich einen defibrillator haben wir aber schon die gibt es ja noch keinen na ne für dich gibt es sowieso keinen da kann man ja da hat es ja schon in der letzten einen ne 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 was sagst du mal einfach rein haha haha aber ein haben ja was du willst haha das bekomm ich auch das wirst du ganz genau mhm wirst du im boot hier ausdehnt haha mhm ne brauche ich nicht bin sehr krank das geht nicht gut aus ne huiiee haha ja genau so ungefähr so in der richtung ja mensch lass mir ja da kriegt ja irgendwas auto eigentlich verstehe ich ne ich weiß es auch nicht ist aber egal äh hey ruhrbombe haha die Sacken ich hab grad zugreifen haha im maul haha fang herrbombe mit Sack haha die Kampagne hab ich schonmal gemacht kann ich sein ja hier hallo schieß du mal bitte nicht auf mich ich hab gar nicht geschossen ne ich bin nicht aufraten ja kann ich sein unfreundlich mhm servus jo Frank du vier du vier ja ne genau wer ist nicht schön ey ich hab ne Errungenschaft geschafft was denn rollende Tonnenbombe äh das war jetzt nicht lustig aber was ist ok na ich find das extrem geil oder na ne ich find es nicht so lustig hey hey das musst du in der Aufnahme sehen ha 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 Auf jeden Fall Brauch hier mal ne Doppelpiste von euch, Freunde? Hier liegt nämlich ne Pistole Scheiße, Alter! Vorsicht, Vorsicht! Smoker! Hier, Opate, 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 Opate! Danke Ich hatte bloß die gerade nicht gesehen von Wurst Wenn man da so rumhustet Ich mach das so zu wechseln, ja? Vom HB auf B Ach, zündlös Hey Chipsi! Wollen de Tom-Bombe? Ja, hier ne automatische Schrubbchen da Automatische Schrubbchen ist natürlich geil, nehm ich gleich mal mit Der automatische Luna ist immer gut Freunde, ihr wisst Bescheid Ich geh mal hier hoch, hier liegt, äh, nicht Du suchst aber immer Freunde aus, ey, das kann nicht sein Entschuldigung Hm Was ist das denn vor – wahr, 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 wahr.... Alter, was war denn das bitte, ey? Der ist voll vom Dach, guck'n dann zersprungen, alter! Oh, noch! Hier unten sind Pillen! Hier aus dem Ding kommt der Tank raus, nochmal so eine kleine Ecke. Ehrlich? Ja. Ja, hier raus oder was? Ja. Kann ja jemand anderes machen. Oh, Porte? Ja, ich bin hier. Unser Neko für alles! Hahaha! Ach, du bist bescheuert! Du musst mal get your move, ey! Ja, mach mal auf! Wie schön! Hey! Ich hab nochmal ne Aufgabe geschafft! Leichenflatterer! Schön! Ja! Finde ich auch! Hatte schon lange! Hast du schon? Mhm! Hast du auch schon, äh, rollende Tom-Bomben? Oh, sie kann nicht dreimal, aber schluss mal! Hahaha! Hier unten bin ich ja mit meinem Freund'n'n'chor-chor. Wird mir mal jemand zur Hand gehen? Nein! Ich mein, der hat zwar schon ne große, aber... Hahaha! Geil! Kriegst du die Krise! Hahaha! Bei mir ist schon wieder da, Schreckli! Was? Er lacht ja immer noch! Hahaha! Helikotter! Ja, hab ich gesehen! Wird schnell aufheben! Hahaha! Willst du sie an? Also! Hahaha! Ich hab kürzer Ich nehm mal die Ropi mijn die hier liegt , na? E crude Hier drüben gehts weiter , جيب slippery Ach , da unten durch Kommt yo Hartz, he! Andere Seite Auch ne Spuckalte gewesen. Ekelhaft. Ich hab schon immer drauf drauf drauf. Ne. Reloading. Spreng die Munition! Spreng die Munition. Spreng die Munition. Spreng die Munition. Ehhh. Aber ich habe mich noch geüehh. Ja. Ja genau. Warum muss sie eine Ruhrbomber liegen? Ja ich hab eine schon ne? Ja ich hab auch eine Ja hier äh Kumpel von mir Ich hab nichts gesehen Ich auch nicht Ich hab auch eine Ja gut Wartet mal Was ist denn los? Drückt der Kackstift oder? Nein Oh hier die Pimmelfresse Was ist denn die hinten drinne? Was ist denn das? Feine, eine Spritzer hier Achso Schutzraum Hebe ich mir die nächste Ruhrbombe für das nächste Level auf Ja Was ist denn hier schönes? Ja nämlich Luna AKS ist eine gute Freundin von mir Auf jeden So Hatzel bis da ja Ja Sehr gut, sehr gut, sehr gut Opate Na ging noch grade ne Danke Jo Opate warte mal bitte warte 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 Frauen und Kinder zuerst ich bin kleiner als du Hahaha Mal Hätt mal hin mit dir Ich bin jetzt ohne ich bin aber wieder gut drauf So warte mal äh Ne von unten sind wir gekommen da und müssen wir hier hin Ja Sehr gut Nein Der sieht nie gesehen aus Nä Nee Oder wie? Ja lite Ha mal alles upstreichen hier wehten nüs ja wer kommt denn hier da wird ziemlich viel mehr Schutzraum ist hier hinten ist der Schutzraum bei mir kommen wir mal rein Klausi tut mir leid hier ist nicht genug Platz für uns Entschuldigung Bis gleich Auf jeden Fall Bis gleich Freunde Tschüss